Das war's für heute. Das ist heute sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschau. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich finde das ist etwas schrecklich, schrecklich, der ist so bei einer ganzen Böde, die jetzt nicht so schön ist es hier. Aber ich bin nur ganz besonders, das ist ein ganz besonderes Böde. 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 Das ist so, man. Und da oben, zwischen den Bäumen, ist da ist der andere Teil, oder? Siehst du die beiden? Ja! Ich dachte, es ist einer. Ja, da ist aber einer durchgekommen. Das ist das Männchen, das da läuft, und da oben liegt das Weizen. Das ist ein paar Babys, die ist die Maman. Genau, aber Babys haben sie noch keine. Nein. Oh, jetzt schau ich Ränder. Schau mal. Mama! 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 Schau mal, geschwimmt da? Ja! Gehst du noch mal rein? Geh noch mal rein. Nichts Wasser hast du aus dem Fels. Hier geht's. Voll cool. Warum? Siehst du? Kann ich von hier sprengen? Nein. So nah. Jetzt sind sie so abgelenkt. Doch, doch. Aber so nah, gell? Falls wir jetzt wissen, es gibt was zu fressen. Vielleicht. Und dann sind sie nur raus. Schau mal auf die Steine aus. Und dann sind sie wieder rauf. Wenn sie nicht mehr rauskennen, dann werden sie wieder rauf. Das ist nicht so abgelenkt. Wenn sie nicht weiter kochen. Es steckt auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.